Ja, herzlich willkommen zu Fagrei 4 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Na, brauche ich nicht. Und wir sind hier wieder... Ja... Dabei... Nach Shangri-La zu reisen. Das mache ich auch gleich für Verunstaltete... Luxus-Armband-Uhr? Nee. Da war irgendeine Verunstaltete drin. Hier ist ein grünes Blatt. Das muss wohl oben sein. An der Decke! Nee, ich denke mal oben auf dem Berg. Ja, hier ist das. Auf Dingen, was wir brauchen. Oh. Dann reisen wir mal. Mal schauen, was uns auf dieser Reise erwartet. Shangri-La. Drücke die mittlere Maus... Nee, das Mausrad und dann... Nein, 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 kein Schaden. Wenn sie fallen. Und schon sind wir wieder in Shangri-La an einer anderen Stelle. Wo bin ich dann jetzt? Da muss ich hoch, wahrscheinlich, wa? Nee, wie soll ich da hochkommen? Na, wird sich zeigen. Ich habe den Bogen wieder. Ich soll die Glocke der Erleuchtung finden. Okay. Hallo, okay. Wir gehen mal hier lang. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie es hier weitergeht. Noch hören wir nichts. Hier sind Affen. Das wird ja von Mal zu Mal immer ein bisschen schwerer. Vermute ich mal. War es zumindest im letzten. Da ist Tigerchen. Was ist das denn hier? Oh, jetzt muss ich fliegen. Oh. Oh. Kann ich auch tiefer? Ja. Oh, und wieder höher. Und rein hier. Ah, nähere dich dem Suchenden. Ich muss verlangsame die Zeit. Ja, ja, ich kann jetzt aber nicht die Zeit verlangsamen um Präzisionsschüsse. Jetzt müssen wir fliegen. Ja, dann brauche ich ja hier nicht so lange rumhampeln. Und rein da. Oha. Also, eine sehr figelinsche Steuerung. Eigentlich brauche ich hier erstmal gar nichts machen. Hier jetzt. Tiefer. 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 Soll ich da durch diesen schmalen Gang oder was? Macht hier die roten Blätterfelder zunutze, um höher aufzusteigen? Oder ist das da verkehrt? Oha. Vielleicht irritiert mich das ja auch bloß. Nee, ich muss da durch. Das schaffe ich doch nie im Leben. Wie soll denn das gehen? So jedenfalls nicht. Was ist jetzt los? Ich habe nichts gemacht. Das sieht nach Crash aus. Ja. Super. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Versuch. Ja. Was soll ich sagen? Finde die Glocke der Erleuchtung. Das Spiel ist ja abgestürzt. Ich versuch's jetzt nochmal. Bei meinem sinnlosen Flug. Bei dem ich hängen blieb. Ich schaffe das einfach. Das ist einfach nicht zu schaffen. Die Steuerung ist auch irgendwie nicht direkt genug. Wenn das denn wenigstens mit der Maus oder so gehen würde, dass man denn da... wäre ja nur ärgerlich, wenn ich da jetzt hier dran scheitere. Mit der Maus kann ich hier gar nichts machen. Ich kann hier nur mit Tastatursteuerung C landen. Ach, C ist landen. Ah, schön, dass mir das auch mal angezeigt wird. Wunderbar. Ja. Hätte ich das jetzt... Das war mir bestimmt schon mal kurz aufgeleuchtet. Aber das ist ein bisschen zu... Ja, wie soll ich sagen? Was ist ihm hier wieder? Oha. Die halten, um zu interagieren. Gibt's jetzt was Neues? Was ist das denn? Hä? Shangri-La-Pfeilschwärme. Tippe auf die linke Maustaste für einen breit gefächerten Schuss. Halte sie gedrückt. Aha. Für einen konzentrierten Schuss. Escape. Zurück. Tiger, wir haben wieder was Neues. Da ist auch ein Portal. Ach, Herrmöhn. Ach, Herrmöhn. Ach, Herrmann. Oh, jetzt muss Tiger sich aber erst mal ein bisschen erholen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ich warte mal hier, dass er nicht weiter vorläuft. Denn der ist ein... Aber ich denke mal nicht, dass hier noch welche kommen, ne? Hört sich an übrigens, als ob es regnet. So, nochmal ordentlich wieder hinsetzen. Ich hätte da bloß landen müssen, das ärgert mich jetzt. Aber naja, manchmal ist es ganz einfach. Man hat auch mehr Pfeile, glaube ich. So, jetzt erhol dich erst mal ein bisschen. So viel Zeit muss sein. So, jetzt sieht's gut aus. Jetzt gehen wir durchs Portal. Braucht man hier auch den Schuss? Ich finde die Glocke der Erleuchtung. Ist das nicht himmlisch? Ur-alte Tempel. Warst du das oder waren da wieder... Nein? Von wo? Ach da! Ich muss mich mal verstecken. Waren hier noch irgendwo Pfeile? Hier ist noch wer. Ich muss warten, dass der Tiger sich wieder erholt. Da. Ich würde sagen, meine Pfeile sehen gut aus. Ich glaube, ich habe hier wieder welche aufgenommen, ne? Ja, ein. Na toll. Na, besser als gar nichts. Ja, das hört sich dann immer gut an. Ich schaue mich aber hier nochmal um. Könnte ja sein, dass hier noch irgendwo... ...was Wichtiges rumliegt. Wie zum Beispiel ein paar Pfeile. Aber sieht nicht so aus. Da. Pfeile, die halten, um zu interagieren? Einen Suchenden habe ich gefragt. Wir werden uns Mühe geben. Dann gehen wir mal hier durch. Fliege in das Windfeld, um an Höhe zu gewinnen. Jetzt geht wieder so eine Flugnummer los. Ich kann da lang und ich kann da lang. Oha. Ah, ich habe es gewusst. Hilfe. Help me. Dann gehen wir jetzt hier lang. Aber das wird ja auch nicht besser sein. Jetzt mache ich hier erstmal gar nichts. Da ist das Windfeld. Oh. Ah. Nee. Man, man... Es ist einfach zu träge. Wenn du auf tote Bestien schießt, explodieren ihre Körper. Aha, auch gut zu wissen. Ich komme trotzdem hier lang. Das kann dauern. Das kann dauern. Ich mache jetzt ganz vorsichtig. Da oben muss ich hoch. Wir haben es geschafft. Ich höre hier schon wieder wehen schnaufen. Wo willst du hin, Tiger? Da unten lang? Da geht es nicht weiter. Lass uns mal hier oben lang. Ich habe jetzt auch vier Felder, sehe ich gerade. Drehe die Manimühlen. Da ist sie. Da ist aber auch irgendwas. Tiger kommt zurück. Da. Da. So, jetzt lasse ich Tiger erstmal wieder ein bisschen erholen. Komm, Tigerchen. Hört sich aber gut an, ne? Nein? Hat getäuscht. Jetzt mal den da. Jetzt mal den da. 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 Achtung. Closier. Was ist das? Ich kann nicht dichter ran. Dann kommt das Feuer. Entschuldigung, dass ich nichts sage. Ich konzentriere mich hier wieder. Der ist weg. Der andere auch gleich. Gut. Ich werde mal gleich schauen, dass ich mir hier die Pfeile hole. So, 32. Das war aber sehr intensiv. Also, materialintensiv. Hier ist aber noch wer. Das hier werde ich jetzt aber nicht anschießen. Da unten ist er. Da sind noch mehr. Da sind noch mindestens... Zwei müssten da sein. So. Da. Lieger. Lieger. Nee, da sind wir. Oh, habe ich mich erschrocken. Tiger. Hier kann ich nämlich runter. Habe ich gerade gesehen. Spawn hier neue Gegner. Der hört sich ziemlich dicht an. Das hört sich an, als ob hier oben einer ist. Aber ist nicht. Ah, das mögen sie auch nicht. Der muss noch irgendwo versteckt sein, hier. Ach, hier. Na, warte. Bist du Tiger in Ruhe? Oh! Wo bist du? Ich kann mich jetzt mal heilen. So, geht's mir wieder gut. Tiger ist gerade weg. Jetzt habe ich wohl beide erwischt. Wo ist denn der? Da oben. Jetzt ist er da gesporen. Oh! 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 Aber ich höre hier immer noch einen schimpfen. Aber der scheint hier oben zu sein. Ich muss auch langsam Feierabend machen. Aber... Ciao! Ach, Tiger ist weg! Scheiße! Wir haben da oben noch ein Problemchen. Was wir lösen müssen. Komm, komm, komm. Gut, hast du gut gemacht. Lass mich mal vorbei, bitte. Danke. Da ist sie. Äh, jetzt. So, geschafft. Die erste Mühle. Shangri-La geht noch weiter. Keine Angst. Aha. Es wird ein Händchen gehoben. Aber ich denke mal, wir haben hier jetzt erst mal Ruhe. Und ich laufe mal schnell hier hin. Und wir sehen in der nächsten Folge weiter, denke ich mal. Ich schneide die mal beide zusammen. Bis dann. Tschüss. Auch going. Untertitelung des ZDF, 2020